Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute sind wir mal hier an dem Pool, von dem ich die ganze Zeit erzählt habe. Falls es dich also interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Es wird wie immer spannend. Ja, ihr Lieben, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist die Plastikfolie einschlagen. Ihr könnt es hier gut sehen, da habe ich schon angefangen. Hier noch nicht. Die wird also nach innen geschlagen. Einmal umgeklappt. Dann kommt die in diese Grube hier, die dann später noch aufgefüllt werden soll mit Erde. Die hole ich von da oben. Die letzten Wochen waren wir immer zu zweit. Heute bin ich mal alleine. Ja, ist einiges zu tun. Ich werde euch nicht so viel filmen können, aber ich gebe mein Bestes. So, ihr Lieben, der nächste Schritt ist, das Ganze wieder mit Erde zu schließen. Dazu graben wir da oben ab. Da gibt es dann noch einen netten Spot für so einen 1000 Liter Fass. Das nächste, was wir machen, ist dieses Terrassenstück hier, damit wir hier so einen zweiten Tank hinbekommen. Und die Erde, die wir hierbei abbuddeln, die packen wir dann hier rüber. Sorry, ist ein bisschen windig. Und verstecken die Poolplane voll. Man sieht es hier am Rand, schon ein bisschen was gemacht. Der Rest fehlt noch. Dazu werden wir jetzt hier abgraben. Ja, jede Menge zu tun hier. Ja, jede Menge zu tun hier. So, ihr Lieben, Zeit für eine kleine Pause. Hier den Space haben wir jetzt gerade gemacht. Da drüben ist fast alles zu. Es geht gut voran. Ich hoffe, es geht vom Ton. Heute ist extrem windig. Ich werde es nachher in den Aufnahmen sehen, ob es okay ist. Falls es zu schlimm ist, kriegt ihr das halt nicht als Video. Aber ich dokumentiere einfach mal trotzdem. Ja. Ihr Lieben, zur Pause gibt es ein leckeres Frühstück. Hat mir meine Mutti eingepackt. Es gibt ein leckeres Frühstück. wisst ihr was das ist girl scout cookies ist wahnsinnig lecker das zeug also richtig lecker so ich hab schon lange nicht mehr so ein leckeres zeug ihr wisst ja ich bin medizinischer patient und daher ist es auch vollkommen okay dass ich das tue an alle unter 18 tut sowas nicht sei denn ihr kriegt ein rezept vom doktor aber ich glaube nicht dass er das unter 18 jahren kriegt zündung ja an dieser stelle liebe grüße an dich pepe und vielen dank für den zweiten telegram kanal wo die videos auch online kommen vielen vielen lieben dank dafür für die unterstützung für deinen support und ja leckt mich am arsch leute ich mache da nicht mehr mit so einfach ist es eigentlich schade dass ich das alles hier auf telegram erzählen muss und nicht mehr auf youtube vor mich hin blubbern kann da zeige ich euch halt so ein bisschen alltag ich gehe jetzt auf jeden fall kaffee trinken da gehe ich jetzt vor um den käffchen vielleicht erzähle ich nachher noch ein bisschen was vielleicht nicht so ihr lieben späuschen ist vorbei pulli wieder an weil es ein bisschen frisch wurde wolken ziehen ist finde ich das stück sieht gar nicht schlecht aus dann mache ich jetzt voll fertig wurde hier noch ein bisschen rum und ja und Untertitelung. BR 2018 So ihr Lieben, das nächste Stück wartet. Wir haben gerade gequatscht. Die Plane ist soweit eingebuddelt. Den hier zeige ich euch kurz. Untertitelung. BR 2018 Und was jetzt noch zu tun ist, ist diese Schläuche, die Rohre hier, schön verlegen, dass man hier auch anständig hochlaufen kann. Dann wollen wir hier die Stufen neu machen, dass es hier einfach einen nicen Spot gibt zum Hochlaufen. Da oben dann das zweite Fass nennen. Und dann sind wir schon fertig mit der Arbeit hier. Das ist jetzt der vierte Tag, wo wir da sind. Also der vierte Freitag, wo wir hier was machen. Beziehungsweise heute mal ich. Und ja, gleich mal weiter. So ihr Lieben, jetzt haben wir das Stückchen hier abgegraben. Hier oben den Busch raus. Nach da hinten gepfeffert. Jetzt können wir die Leitung hier schön reinlegen. Dann hängen die hier nicht mehr so im Weg. Den Bereich hier oben machen wir dann noch ein bisschen größer. Und dann war's das schon. Ich bin jetzt seit knapp vier Stunden am Acker. Und mache noch eine Stunde ungefähr. Und bis dahin sollte es fertig sein. So ihr Lieben, das war's für heute. So, wir haben den Space hier fertig. Und haben die Plane eingebuddelt. Außerdem haben wir hier die Rohre so ein bisschen eingebuddelt. Dass die hier nicht so hoch lang laufen. Und man da anständig drüber klettern kann. Dann haben wir hier noch ein paar Stufen reingemacht. Dass man hier einfacher nach oben kommt. Und das war's. Ja, ihr Lieben, hier ein bisschen geackert. In der Pause noch ein bisschen geblubbert. Das Video dazu findet ihr auf Telegram. Hier auf YouTube ist es ein bisschen schwieriger, meine Meinung zu äußern. Da diese nicht immer politisch korrekt ist. Aber ja. Deswegen schaut auf jeden Fall auch mal auf Telegram vorbei. Schutz, okay. Aber doch nicht ich als gesunder Mensch. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.